Hey Kinder, seid ihr auch gut drauf? Ja! Wollt ihr singen, lachen, fröhlich sein? Na dann passt mal alle ganz gut auf. Okay! Wir sind klein und frech und unverfroren. Wir sind Monster, Mama, Mama, Monster. Und wir tanzen jetzt zusammen in Mama, Monster, Tanz. Streck den Bauch weit raus, läuft die Hände in die Luft. Einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts. Streck die Zunge raus und jetzt schüttelt deinem Kopf. Das ist der Monster, der Mama-Monster-Tanz. Bis die Hälfte kreisen meine Frau zurück. Komm, wir stampfen mit den Füßen und wir klatschen in die Haft. Ja, wir wackeln mit dem Popo und dann köln wir ganz laut. Das ist der Mama-Mama-Mama-Mama-Mama-Monstertanz. Monster sind die Coole, wenn's einer hat, hätte ich gern. Monster haben euch das Fell, ich hab's nicht zum Kuscheln gern. Monster haben große Ohr und ein dick im runden Bauch. Keine Monsterstift im Klauch und große Monster auch. Monster, Mama-Mama-Monster. Und wir tanzen jetzt zusammen den Mama-Monster-Tanz. Streck den Bauch weit raus, läuft die Hände in die Luft. Einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts. Streck die Zunge raus und jetzt schüttelt deinem Kopf. Das ist der Monster, der Mama-Monster-Tanz. Lass die Hüfte kreisen, eine Fahrt zurück. Kommt, wir stampfen mit den Füßen und wir klatschen in die Haft. Ja, wir wackeln mit dem Popo und dann köln wir ganz laut. Das ist der Mama-Mama-Mama-Mama-Mama-Monstertanz. Wer hat Angst vor kleinen Monstern? Niemand. Wer hat Angst vor großen Monstern? Niemand. Und wenn sie kommt? Oha. Und wenn sie kommt? Aha. Ja, dann rennen, 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 rennen wir davon. Das ist der Monster, Monster-Tanz. Das ist der Monster, Monster-Tanz, das ist der Monster, Monster-Tanz. Das ist der Monster, Monster-Tanz. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You I You Thank 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 you Just I Thank you I I Thank you Thank you I I I I I I Thank you Thank you Thank you I Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you I 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 In unserer Saison auf Takt haben wir heute hier gestartet mit unseren Showtanzgruppen, unseren Kinder- und Jugendtanzgruppen. Wir sind sehr stolz, das Programm hier mit eröffnen zu dürfen, wie auch in den vergangenen Jahren. Ja, unser Verein besteht jetzt schon 30 Jahre. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf, das auch zu feiern. Und zwar am 16.09. im Meininger Hof zum einen. Oder kommen Sie doch einfach vorbei und erleben Sie uns nochmal zum Kinder- und Tanzfest am 1.07. in der Grünmitte. Wir würden uns wahnsinnig über zahlreiche tanzbegeisterte Besucher freuen.